Herr Müller-Wünsch, was waren für Sie die Beweggründe in die Cloud zu gehen, Cloud-Projekte in Angriff zu nehmen? Wir haben bei Otto ja viele große Legacy-Systeme und hatten auch dementsprechend die IT-Organisationen geschnitten und mit meinem Einstieg bei Otto haben wir cross-funktionale Teams, interdisziplinäre IT-Teams gebildet und für die brauchten wir eine technologische Infrastruktur und da haben sich für diese cross-funktionalen Teams cloud-basierte Services als ideales Vehikel angeboten, damit diese wirklich selbstständig, autonom, End-to-End ihre Ideen verwirklichen können. Was waren die größten Hürden auf diesem Weg? Nun, Entwickler haben bei uns insofern in der Komfortzone gelebt, als dass ihnen viele Aufgaben wie Security, wie Kapazitätsplanung abgenommen waren von unseren Operations-Leuten und jetzt mussten genau diese Dinge bei den Cloud-Konzepten selbstständig in den Teams beachtet werden. Also es musste Security bei Design sein, es mussten Failover-Infrastrukturen bedacht werden und auf einmal sind ganz neue Fragestellungen dazu gekommen und Cloud als solches hat natürlich auch was mit Datenhaltung zu tun und Daten spielen bei uns im Geschäftsmodell natürlich eine große Rolle. Sie haben das Stichwort Legacy-IT oder Legacy-Anwendungen schon genannt. Wie gehen Sie damit um? Was ist da Ihre Strategie? Ja, wir standen ja vor der, oder wir stehen vor der Herausforderung, dass unser Unternehmen seit vielen Jahrzehnten sehr erfolgreich im Markt ist und so sind auch entsprechend Systeme groß und auch ein bisschen in die Jahre gekommen. Und um da ein bisschen Modernität und Geschwindigkeit hineinzubringen, war die Frage, wie kann man das schaffen? Man kann in einen Weg gehen, erstmal die ganze Technik zerschneiden und dann sich zu reorganisieren oder was wir gemacht haben, dass wir erst Teams gebildet haben und ihnen dann quasi den Monolithen vorgeworfen haben und gesagt haben, nimm dir jeweils einen Teil davon und baue eine technologische Roadmap. Das heißt also, unser Monolith wird jetzt seit fast zwei Jahren sukzessive auseinandergenommen und neu durch Microservice-Architekturen gebaut und als Infrastrukturkonzept dient da im Cloud-Services. Das heißt, das wird eine komplette Neuentwicklung oder werden diese Microservices angeflanscht an die Altanwendung? Teils, teils. Also eine alte Anwendung ist ja per se noch keine schlechte Anwendung, aber wir haben ein sehr aufwendiges Architekturbewertungsmodell herangezogen und haben uns überlegt, tragen uns die Anwendungen, wie wir sie heute haben, in die Zukunft hinein, soweit wir sie vorhersehen können. Und das hat uns dabei geführt zu überlegen, welche der Anwendung entsprechend modernisiert werden muss. Wir haben uns ausdrücklich gegen einen Big Bang durch eine Technologie entschieden, sondern machen das inkrementell auf Sicht, weil wir davon ausgehen, dass die technologischen Entwicklungen so rasant sind, dass wir nicht drei oder fünf Jahre voraussehen können, was dann genau zu tun ist.